willkommen zurück liebe gaming freunde zu einer brandneuen folge resident evil 4 hier auf trend 17 tv wie immer für euch am mic so was haben wir hier denn noch schönes dann haben wir noch ich weiß gar nicht ob wir den hier noch den brauchen wir wahrscheinlich noch ja wir haben hier noch mehrere ein zwei wegschreine ich wollte auf jeden fall heute mal den riesen barsch fangen und dann geht das natürlich sofort auch in der story weiter das letzte mal haben wir schätze gefunden beziehungsweise gesucht so muss man eben kurz schauen irgendwo hier boot schuppen sollte sein das richtig wenn euch das ganze gefällt lasst bitte unbedingt einen daumen da dass ich weiß ihr habt bock auf noch mehr römer malereien da müssen wir glaube ich noch nicht hin ihr habt bock auf mehr und abonniert den kanal sind abonnieren ist immer noch kostenlos und macht reich und schön ach man da will ich doch gar nicht hin so hier müssen wir glaube ich durch genau hier muss irgendwo ein boot haus sein so und da glaube ich sehe ich schon diesen barsch jo oh ein treffer sollte das wirklich schon das ist ja der birner das ging ja mal wirklich schnell würde ich sagen und hier noch ein paar bescheiden da ist noch einer ah der ist zu dicht schwimm mal ein bisschen weiter weg hallo schwimm mal ein bisschen weiter weg ja genau da hin jo das war meiner die geben nämlich immer gut kraft das ist schön energy haben wir hier noch welche ich glaube ich sehe da noch einen ich meine ich habe da eben noch einen gesehen komm fischi fischi ne gucken wir hier trotzdem noch mal eben rein irgendwie kommen wir da doch auch ran da da ist das boot bin ich hier doch schon mal gewesen scheinbar schon ne doch die mütze richtig hier war ich doch schon mal aber den riesen barsch habe ich damals nicht gefangen so sehen wir hier noch fische das war die höhle mit maler rein da war ich schon dachte eben da wäre jemand gucken ob das geht sie okay den einkopf haben wir also schon hier noch irgendwas da ist auf jeden fall noch was ist das verschlossene schublade ach das ist der händler ne da kann man nochmal eben hin hier diesen barsch verkaufen und dann kurz abspeichern und dann geht es weiter so verkaufen die riesen barsch den hauen wir weg im grab bringt dir dein ganzer krempel wenig küchenmesser haben wir noch eins ich glaube das behalte ich lieber schuss schusspulver stilfilmrohr ok machen wir dazu du bist eben ein echter profi du bist ja aber genau riesengefallen vier spinelle was kann ich für dich tun guter es gibt dinge die kann man nicht mit kaufen spare ich mir auf das laservisier ich habe stirbt mir da draußen nicht weg ich versuche es mal lieber so spiel speichern das hier alles so verzwickt und verzweigt man muss erstmal gucken wo ist man eigentlich schon gewesen und wo nicht so ich müsste jetzt eigentlich mal hier in diese richtung große höhle mit schreien schatz ist hier richtig ach da bin ich ja eben gewesen stimmt größe und ich muss ich werde zur anderen will ich ja muss ich einmal drehen ah das kann man auch immer schlecht sehen die richtung ist auch falsch muss ich einmal krank rumdrehen muss ich in die richtung ne genau und da ist hier der anlegeplatz das ist jetzt eigentlich gleich komm der anleger hä wo ist denn der anlegeplatz hier müsste doch hier sein müssen eigentlich muss ich da irgendwie wieder dran vorbeigegurkt sein da ist doch da ist er doch so ok so was haben wir denn überhaupt im repertoire hier 17 schuss wie ein aussatz anbringen habe ich ja nicht 10 schuss ist auch nicht die welt hier kommt das so vor als wäre ich hier auch schon mal gewesen da geht es nach oben ja hier war ich auch schon mal da liegen sie noch alle und hier muss irgendwo ein schatz sein da da das war auch ne wo ist der jetzt hingefallen karamba ja da kommt auch einer scheiße ich hau ab hier scheiß auf euren kleinen auf euren kleinen blöden schatz vor allem doch du hast du wof du wof 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 Wo ist dieser blöde Schatz jetzt? Der ist ja dahinter gefallen. Der muss ja hier irgendwo sein. Schießpulver. Wie ihr seht. Da ist er. So. Und schön verzieht er sich wieder. Da ist das Boot. Könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Ich verziehe mich jetzt hier. Oh, das ist ja auch überall dunkel. Du kannst ja nichts sehen hier. So, das haben wir also auch. Würde ich sagen, gehen wir hier jetzt weiter. Weiß nicht, ob ich hier schon gewesen bin. Aber jetzt fahren wir erst mal hier hin. Weil das ja als... Das wäre doch ein bisschen dichter. Das ist der da. Na, da bin ich da auch schon gewesen, oder? Der ist doch auch schon auf. Oh, hier komme ich nicht weiter, wa? Shit. Ich dachte, ich kann hier irgendwie durchgehen. Hier komme ich hoch. Hier kriegt mir auch nichts. Keine Leiter hoch. Eine Tür, oder was? Schade. Da komme ich also nicht weiter. Schade. Da geht es jetzt. Jetzt fahren wir hier mal hin, würde ich sagen. Ich glaube, hier bin ich noch nicht gewesen. Hier ist auch verschlossener Schatz. Man kann hier aber auch absolut nichts sehen. Also, dass es dauernd dunkel ist, ist auch ein bisschen nervig jetzt langsam. Da geht es hoch. Mal sehen, dass ich hier nicht, dass ich hier überrascht werde. Rohstoffe, schon mal geil. Küchenmesser. Gelbes Kraut. Ich habe aber leider kein... Grünes bräuchte ich noch, das wäre geil. Also, hier war ich noch nicht, weil gelbes Kraut, da bin ich extrem scharf drauf. Ja, wo muss ja noch der zweite Kopf sein. Ach, das ist die Fischfarm von hinten. Da ist noch dieses eine Medaillon, aber das suche ich jetzt nicht in der Dunkelheit. Okay. Komme ich hier wieder da? Zurück? Ja. Uns fehlt noch ein Kopf. So ein Steinkopf. Geht's hier hin? Das ist ja geil. Jetzt bin ich direkt beim Händler. Mega. Mega. Okay. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Sein Kristall. Ich kaufe fast alles. Ein Küchenmesser kann man auch noch weghauen. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. So, kann man noch irgendwas tunen? Nicht nötig. Haltbarkeit kann man noch machen. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Hier habe ich schon alles voll aufgehört. Eine war für die eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah, hat etwas Künstlerisches nicht wahr? Hier haben wir auch mal relativ viel, ja. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Das ist die... Das ist das Gewehr, ne? Boah, 20.000. Boah, heftig. Nachleidegeschwindigkeiten irgendwie schon mal. Feuerrat. Magazingröße nehme ich auch. Das wussten wir jetzt voll aus hier, das Ding. So, meine Lieben. Wir schauen mal eben, wie liegen wir dann zeitlich. Das sieht doch wunderbar aus. Heute nicht ganz so... Ja, viel Gemetzel, aber dafür reichliche Erkenntnisse und einen schönen Riesenbarsch haben wir gefangen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Beim nächsten Mal geht es hier super spannend wieder weiter. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.